Ganz ehrlich, seit der Hansus nicht mehr bei uns in den Videos dabei ist, ist es irgendwie langweilig. Es sind nur du und ich, aber niemand Neues mehr. Wir brauchen mal wieder wen Neues. Wenn du wen Neues kennenlernen willst, dann musst du halt auf den Friedhof gehen. Was will ich denn auf den Friedhof? Was willst du auf den Friedhof? Das ist doch ganz klar, da sind lauter verschiedene Leute.